Hallo, herzlich willkommen bei Mika Caravan in Dingesbühl. Bei mir auf dem Kanal seid ihr wieder genau richtig, denn ich habe wieder einiges aufgedeckt, nein Quatsch, aufgedeckt, aber wir haben was entdeckt und zwar eine verrückte Solaranlage und da möchte ich euch mal zeigen, warum man das so definitiv nicht machen kann, weil man schneidet sich da wirklich ins eigene Fleisch bzw. derjenige, der das gemacht hat, hat den Kunden ins Fleisch geschnitten, weil die Solaranlage so nicht wirklich funktionieren kann. Und da möchte ich euch aufklären, warum und wieso und ja, dann was wir sonst noch so machen und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lang rum, wir düsen ab in die Werkstatt und los geht's. So, was haben wir bei dem Fahrzeug hier gemacht? Hier haben wir eine 150 Amperestunden Lithium verbaut, die jetzt natürlich noch festgemacht werden muss und einen Ladebooster von WCS haben wir verbaut, der noch programmiert werden muss. Der ist jetzt hier gerade noch im Endstadium, letztlich zur Fixierung und von der Montage, damit es alles sauber und ordentlich funktioniert. Das ist die Aufgabenstellung gewesen. Wie immer müssen wir jetzt gucken, dass der richtig funktioniert. Dazu müssen wir noch ein paar Vorkehrungen treffen und ja, das war die eigentliche Aufgabe. Dann habe ich von dem Kunden noch die Aufgabe bekommen, prüft doch mal die Solaranlage. Also, dann mache ich natürlich eins als erstes und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Ich gehe mal aufs Dach und schaue mir die Solaranlage an. Das ist ein hübscher Bürstner und ja, alles gut. Harmony Line, glaube ich, egal und steige so aufs Dach und dann sehe ich hier zwei Solarmodule. Das heißt, hier haben wir ein mal eins und hier haben wir eins. Ihr seht schon vom Fabrikat her, es sind schon mal grundsätzlich zwei verschiedene Module und auch verschiedener Leistungsklassen. Das sagt hier schon die Größe aus. Welches das da drüben ist, ich kann es jetzt nicht ganz exakt definieren, welche das das sind. Das kennen wir alle, das da drüben sagt mir jetzt noch nichts, aber da kann ich nur gucken. Wobei das erst einmal zweitrangig ist, welche Module das sind. Dann schaue ich natürlich als nächstes, wie sind die verschaltet. Ich sehe, von der Solaranlage gehen hier zwei Kabel rein. Okay, dann habe ich das Dach im Allgemeinen angeschaut. Ich sehe unter anderem auch hier den Max-Van. Ja, kann man so machen. Geht eigentlich ein bisschen schöner. Warum man da schwarz genommen hat, weiß ich auch nicht. Bei einem weißen Dach nimmt man eigentlich weiß und zum nächsten wird der eigentlich etwas schöner eingebaut. Aber gut, es ist eine optische Sache. Jedenfalls gehe ich dann wieder ins Fahrzeug. Jetzt hole ich aber erst zurück. Im Fahrzeug suche ich die Solaregler. In der Regel natürlich in der Nähe von der Dachdurchführung. Und siehe da, da habe ich einen schon gefunden. An der Stelle bin ich schon ein bisschen stutzig worden. Aber es stört natürlich das Blech. Und das machen wir jetzt mal kurz. So, dann haben wir jetzt hier das Ganze natürlich zerlegt. Und habe das hier auch nochmal durchgeprüft. Damit man hier auch wirklich kein Fehler passiert. Weil man muss ja immer aufpassen, wenn man Behauptungen aufstellt. Oder beziehungsweise, wenn man sagt, dass es auch wirklich Hand und Fuß hat. Wenn wir jetzt die Kabel anschauen. Also hier, die zwei Kabel ist die Satellitenanlage. Und die zwei Kabel sind die Solarmodule. Die Solarmodule gehen hier auf den Solaregler. Und was man natürlich als erstes feststellen, dass die beiden Solarmodule oben parallel miteinander verbunden sind. Und hier mit einem Kabel, Plus und Minus. Drum zwei Kabel. Und auf dem Dach haben wir ja auch nur zwei Kabel gesehen. Plus und Minus. Hier dann letztlich auf den Solaregler gehen. Was bedeutet das? Also, dass man zwei ungleiche Platten auf dem Solaregler, auf einem einzigen Solaregler schaltet. Dazu möchte ich euch jetzt ein bisschen was erklären. Weil ich behaupte, oder ich sage jetzt einfach einmal, das ist ein absolutes Unding. Die Solaranlage konnte so eigentlich noch nie wirklich funktionieren. Also, ich habe jetzt euch hier mal eine Seite aufgemacht. Ich habe das extra auch mal im Netz dann dementsprechend nachgeschlagen. Weil ich möchte natürlich nicht immer, dass heißt, wir behaupten Dinge, die eigentlich gar nicht so wahr sind. Und mich wundert dann auch immer, wenn Menschen sowas verbauen, die sich darüber, was sie eigentlich tun, nie wirklich informieren. Und zwar, hier steht eindeutig, wenn andererseits die beiden Solarmodule unterschiedlicher Leistung und Spannung haben, ist eine Parallelschaltung nicht möglich. Da sich das Modul mit der niedrigsten Spannung wie eine Last verhält und anfängt, Strom zu absolvieren, anstatt ihn mit den relativen Konsequenzen zu erzeugen. Das heißt, das Modul mit der kleineren Spannung wird kein Plus, sondern eine Last. Das heißt, es wird dann von dem anderen Modul letztlich abgezogen und es kommt so gut wie nichts mehr unten an. Also, es ist totaler Nonsens, sowas zu tun. Wichtig wäre, wenn man sowas tut, dass man zwei Module in unterschiedlicher Leistung nimmt. Aber die Spannung muss definitiv die exakt gleiche sein. So wie die Spannung auseinander geht, ist es technisch nicht möglich. Und da oben haben wir ja zwei verschiedene Bauarten von Modulen gesehen. Somit haben die unter Garantie zu 100% unterschiedliche Spannungen. Und dann habe ich keinerlei Chance mehr, dass ich die Solaranlage nur anständig irgendwie zum Laufen bringe. Also, das funktioniert überhaupt gar nicht. Und da haben wir hier, wie wir ja sehen, zwei unterschiedliche Zellen ja auch haben, ist es technisch gar nicht machbar, dass die beiden Module die gleiche Spannung haben. Also, letztlich gehe ich einmal davon aus, dass das Modul hier drüben die wenigere Spannung hat wie das. Ich vermute es einfach mal. Und dann haben wir schon das Problem, dass dementsprechend das hier von dem im Prinzip als Last abgezogen wird. Also, nur mal rechnerisch als Beispiel bringt diese 10 ab her. Diese würde 5 bringen, dann kommen hier effektiv mal noch 5 runter, weil die 5 verschluckt die. Nur mal so als grobes Rechenbeispiel zum Verständnis. Also, die mit der wenigeren Spannung bewirkt genau das Gegenteil. Und da hier definitiv auch nur zwei Kabel reingehen, ist es definitiv parallel geschalten und definitiv falsch. Und hier sehen wir auch schon die Stecker entsprechend. Meine Lieblingsverbinder, die hier zutage kommen. Und ja, da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, wie die Platten dementsprechend runter zu machen und einen neuen Kabelkanal zu legen, einen separaten Kabelkanal und einen zweiten Solaregler zu montieren, um das die Platte einigermaßen und vernünftig funktioniert. Ja, jetzt sind wir schon wieder beim nächsten Fahrzeug. Hier haben wir einen Knaus Box da. Und was bauen wir hier? Relativ einfach. Der Kunde kriegt hier einen Wechselrichter verbaut. Das haben wir heute schon mal vorbereitet. Das heißt, hier haben wir eine Netzvorrangschaltung reingebaut. Er bekommt zusätzlich einen 600 Watt Wechselrichter. Den knallen wir dann da unten rein. Die Batterie hat er schon drin. Und dazu bekommt er dann noch einen Hauptschalter, von der Firma Büttner, ein Hauptlastrelais. Also das heißt, das geht dann mit einem Fernschalter, einfach ausschalten und so. Echte geile Geschichte. Habe ich in meinem Fahrzeug auch. Da versuchen wir natürlich wieder ordnungsgemäß die Displays hier anständig zu verbauen, damit es dementsprechend sauber und ordentlich ausschaut. Und dann kriegt er hier oben noch ein Maxven verbaut. Ja, das machen wir alles bei dem Fahrzeug. Dann haben wir allerdings nur eine Kleinigkeit gemacht, weil hier unter diesem Fach ist eine Dieselzusatzheizung verbaut. Und er hatte hier vorne nur einen Ausströmer. Und die Bitte war, oder die Aufgabenstellung war, im Badezimmer auch noch zu einem installieren. So, jawohl. Das haben wir schon umgesetzt. Hier bläst es jetzt auch schon warm raus. Somit wird das Badezimmer jetzt auch erwärmt. Ganz wichtig. Tolles Auto. Schöner, kleiner Box da. Hier Bett. Hier Bett. Also echt cool. Gefällt mir ganz gut, das Auto. Also macht richtig was her. Und ja, da sind wir gut dabei. Also ich denke, da werden wir morgen auch wieder ein ganzes Stück weiter kommen. Und da hole ich dann euch einfach wieder dazu. Hier haben wir den beliebten Voidronic-Regler. Der aktuell, ich weiß gar nicht, ist er schon wieder lieferbar oder nicht, aber ich glaube, er war halbes, dreiviertel Jahr gar nicht mehr lieferbar. Also Zustände katastrophal. Hier haben wir auch schon einen zweiten FI reingebaut für unsere Verschaltung, für den zweiten Wechselrichter. Also alles richtig vorgefertigt und vorgesehen, damit wir entsprechend morgen gar den Rest kriegen. Also, so sind wir hier auch schon wieder so weit, dass wir sagen können, das ist schon wieder ein ganzes Stück vorwärtskommen. Mir gefällt das Auto, gell? Also die Farbe finde ich richtig geil mit dem Hochdach. Also hat richtig Charme, das Auto. Muss ich echt sagen, gefällt mir richtig gut. Also hat schon richtig was. Muss man echt sagen. Tolle Geschichte. Also auch innen drin, die Aufteilung, also ist schon ein tolles Auto. Ja, soweit zu dieser Technik. Und morgen holen wir dann schon den nächsten wieder rein. Also es geht hier Schlag auf Schlag. Und ja, da geht es dann schon wieder weiter. Ja, ich kann nur immer wieder mega, mega, mega Danke sagen. Danke für euren Einsatz. Danke für die Unterstützung von euch, damit wir hier wirklich gut durchkommen und hier wirklich was auf die Beine stellen können. Auch hier, die Kisten werden immer mehr. Wir haben hier wieder und dafür auch wieder ganz lieben Dank von der Firma Frankana nagelneu Schlafsäcke gespendet bekommen. Ganz tolle Geschichten oder Decken sind es, glaube ich. Ich muss mal gucken. Super geil. Also ich bin echt geflasht. Das hilft uns unwahrscheinlich. Hier auch noch ganz viele Klamotten, wobei ich sagen muss, Klamotten ist jetzt echt das noch wenigere, was wir mittlerweile noch brauchen. Medikamente, Schlafsäcke und so weiter. Das ist das Thema, was ganz wichtig ist. Spielsachen, alte, ausrangierte Kindersitze und so weiter. Das sind die Themen, gerade aktuell, weil Klamotten, ist aktuell sehr viel da und auch in den Medien sagen es überall, dass Kleidung wirklich enorm viel gekommen ist und das ist gar nicht mehr so das Brisante, sondern eben einfach die ärztliche, halt, wo bin ich hier, die ärztliche Versorgung, sprich Mullbinden und so weiter, das ist ganz, ganz wichtig. Ganz lieben Dank und dazu eine kleine Idee von mir. Ihr alle habt euren Pkw so kleine Verbandskästen, die ja mit der neuen Corona-Geschichte nicht mehr ganz so konform sind, weil wir alle diese Handschuhe sowieso, aber auch Masken brauchen. Rein theoretisch sollten die ja nach der neuen Regel da drin sein und wenn ihr Lust habt, oder eben die von Datum auch abgelaufen sind, wenn ihr Lust habt, tut euch was Gutes, bestellt euch irgendwo für ein paar Euro einen neuen für euer Auto, dann ist der wieder up to date, ihr kommt sicher durch die nächste Verkehrskontrolle und euren Algen, den schickt bitte mir. Das könnte man unheimlich verwerten, auch egal, ob er schon abgelaufen ist, spielt gar keine Rolle, weil wir fahren am, jetzt muss ich rechnen, irgendwann Ende März in die Richtung Ukraine und werden dort das ganze Verbandsmaterial eben dementsprechend an den Stellen geben, damit es in die Ukraine an die Krankenhäuser kommt, wo eben Kriegsverletzte und so weiter behandelt werden und damit würdet ihr mir und natürlich euch einen riesen Gefallen tun. Ihr seid wieder up to date und habt gleichzeitig was Gutes getan und ich glaube, die paar Euro hat jeder übrig und wir wären unheimlich dankbar, wenn ihr uns da unterstützt. Und wenn ihr natürlich noch ein paar abgelaufene Medikamente habt, mal die Hausapotheke durchforsten, auch das wäre ein Riesending, weil Schmerzmittel, weiß der Geier was, Grippemittel, selbst, wir haben nachgefragt, selbst Thrombosenspritzen, auch abgelaufene, wäre überhaupt kein Problem, würden die alles nehmen und wären sie riesen dankbar. In dem Sinn möchte ich mich mit diesem Video ganz herzlich bedanken und ich spende euch, ich spende euch, ich blende euch unten wieder unser Spendenkonto ein, um, dass ihr, wenn ihr noch Lust habt, da ein paar Euro locker zu machen, für den guten Zweck, das da einzubezahlen, auch ich bin transparent, ich möchte es auch nochmal dazu sagen, nachdem ich auch hier wieder mal zwei superschöne E-Mails bekommen habe, ich würde mich ja an den Spenden privat bereichern, das ist alles transparent, es ist ein offizielles Spendenkonto bei der Sparkasse hinterlegt, davon weiß das Finanzamt, davon weiß meine Buchhaltung, sprich mein Steuerberater, auch ich muss die Ausgaben entsprechend dann anständig und sauber belegen, muss Buch darüber führen und ich glaube, der sich ein bisschen auskennt, weiß dann auch, wie viel Arbeit das ist, also es ist alles andere wie eine Bereicherung, sondern es ist Arbeit. Aber wir machen es unheimlich gern, die komplette Organisation, wie auch die Spendenverwaltung und entsprechend dann für den richtigen Zweck zu investieren, eben um Medikamente und so weiter zu kaufen, sprich auch dort dann entsprechend vor Ort zu helfen und so weiter. Also, in dem Sinn, ganz lieben Dank, schreibt es mir über die Kommentare, was auch ihr wieder erlebt habt, zum Beispiel mit dieser verrückten Solaranlage und wie ihr das Ganze seht, ob euch sowas auch schon mal passiert ist, würde mich echt brennend interessieren, weil Katastrophe, finde ich fürchterlich, dass man es für sowas auch noch Geld bezahlen muss. Schlimm, aber ist leider so. In dem Sinn, über einen Daumen freue ich mich natürlich, genauso wie über ein Like und über einen tollen Kommentar von euch. Ganz liebe Grüße, bleibt gesund und alles Gute, euer Mika-Team, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.